So, jetzt wieder Games4GamersTV, wie immer Stubi und Cobra dabei und nun geht's in The Chase weiter, also Episode 4, Kapitel 4 und... Bin schon so gespannt, wie's weitergeht. Ja. Gucken wir auf wir jetzt verrecken hier. Oh, ob hier noch mehr kommt. Noch mehr von dem ganzen Mob hier, also von rechts und von links, bin mal auf die Szene. Rums. Ich hab ihn. Da, bitte. Ich weiß echt nicht, warum ich ein Raumschiff leite, wenn diese Einsätze so viel interessanter sind. Rollen raus aus der Leitung. Lass Sie Spartens reden. Genau, lass Sie Spartens reden, Mensch. Ja, ich mein, wir haben uns ja nicht umsonst hier über Skype verbunden, weißt du? Und dann quatscht immer einer dazwischen, das ist doch scheiße, sowas. Richtig. Du wirst auch gleich wieder vorne rein, denn du willst gleich alle wieder haben. Alle, alle, alle. Wir gar nicht warten hier. So, und unser Ziel ist dahinten. Da unten irgendwo. Hier. Moin. Na, scheint so, als würde jetzt ein bisschen was Dickes kommen. Ich stehe hier schon mal ein vorderster Front. Ja. Oh, wie gut, dass wir hier so viele Waffen haben. Öh. An dieser Stelle möchte ich auch den Andi ganz herzlich grüßen. Richtig. Jetzt soll ich mal wieder melden. Oh Gott, das ist der Hannah-Meerisch. Schwein. Oh, mein Gott. Oh, ey, ganz ehrlich. Na ja. Ich glaube, wie es ist, ne? Habe ich schön ne Plasma-Granate an den Hoden geworfen. Hier gibt's Munition, hier gibt's wieder alles. Alles. Nehme mal das Flack geschützt mit. Na, das wär schon ne gute Idee. Ich geh mal hier zum Aktivieren hin. Was denn, da auch aktivieren? Ja, da bin ich schon. Also da bei dem... Oha. Ja, da haben sie mich auch gleich wieder weggelutscht. Das war der erste Schalter. Noch einer. Dann öffnet sich die Tür. Oh, gekommen, daneben gesprungen. Die Tür ist offen. Los, los, Crimson. Lassen Sie ihm da mal nicht entkommen. Warum? Oh, da geht's nicht weiter. Oben? Da oben. Da geht's weiter. Ach da. Ne, doch hier unten. Sind wir umsonst hochgelaufen. Achtung, Puff Drohne im Anflug. Kaputt. Mist, lassen Sie sich von denen nicht aushalten. Eieiei. Ach, da oben ist schon wieder so ein... ...mervendes... ...etwas. Wow. Gut. Oh, der hat sogar einen Schutzschilder, Typ. Ja. Klingt. Sind ja richtig gut vorbereitet, Jungs. Ah, nein, nein, nein. Oh, die wieder mit ihren Döner spießen. Nein. Wieder drauf gegangen. Oh, der hat mich auch erwischt. Hast du ja ganz geschickt gelöst. Ja, ne? War schon... Ich muss ja ehrlich sagen, also da würde ich dir eine 2 für geben. Ja, 2 minus. Hm. Jetzt kommt der schon wieder. Aber jetzt hat der mich schon wieder, also... Hahaha. So, Schroplinte mit. Ich tue irgendwo noch so ein Spieß rum, dann hätte ich nämlich auch ganz gerne mal. Lock. Was kommt denn jetzt von links da alles? Das sieht ja wieder aus, so. Gott, guck mal, was da unten steht. Gott. Na ja, gut, solange das nur diese kleinen Lillipotaten... ...draufgegangen. Ja. Na, Lillipotaner ist gut, ey. Oh, Schwertalarm. Allerdings. Ah, dann habe ich ihn aber. Haha. Oh, das kommt ja jetzt habe ich auch ein Schwert. Nein, jetzt hat er mich erwischt. Mann. Hmm. Oh, nein. Oh, schon wieder bin ich geplatzt. Oh. Sehr schön. Mach's alle weg. Ja. Ähm. Ähm. Ich weh, das kommt gut. Ah, glatte. Ah, glatte, ja. Er öffnet ein Portal. Portal? Portal? Wie auch immer. So. Da oben irgendwo. Oh, da oben. Oh, hier. Oh, sehr schön. Aus dem wächst immer was hinten raus. Das finde ich auch mal ganz toll. Haha. Und schon wieder ist er geplatzt. Ich hab ihm jetzt zweimal Kickbox gegeben und der stört. Nee, das gibt das auch nicht. Ja, das ist so ein ganz großer Häuptling hier. Ja, der wird auch ständig geheilt. Von den komischen... Ne Drohne. Ja. Oh, und schon wieder. Komm, Stummi, es gibt alles. Stummi, Stummi. Ey, ey, ey. So, jetzt ist er noch weg. Da kommen noch welche. Gelötscht. Oh. Hinter mir, da sagt mir auch keiner was. Wow. Das war auch ein satter Übergang von bedrohliche Musik auf gar nicht. Schauen Sie nach. Was soll er denn fallen lassen? Was ist das? Die Gabe des Didaktikers? Weiß es nicht. Was? Lassen wir uns hier eigentlich von der Frau rum kommandieren. Also ich weiß auch nicht. Manchmal ist das auch so, ne? Ja. So. Abgeschlossen und fertig.